Die wichtigste Phase sind die ersten sechs Wochen nach einer Impfung und über diesen Zeitraum haben wir nicht nur von einigen Tausenden, sondern von hunderttausenden Menschen auf der ganzen Welt gibt nun schon Erfahrungswerte und das ist sehr, sehr günstig und perfekt verlaufen. Das heißt, hier gibt es keinen Hinweis, dass hier ein höheres Risiko für Langzeitfolgen bestehen würde als bei allen anderen etablierten Impfstoffen für Viruserkrankungen.